Ich freue mich ganz herzlich, dass es mithilfe der Berliner Philharmoniker möglich war, den vielleicht größten lebenden Organisten unserer Zeit für diesen Vormittag zu gewinnen, den ich nicht mehr verstanden habe. Er ist jemand, der sowohl mit großen Instrumenten perfekt und eben hat, als auch ganz neue Instrumente entwickelt. Und er wird unsere Old Lady, wie ich uns schon mal zum Wolle zernenne, auch gleich zum Klingeln bringen und Sie werden sehen, da gibt es keine Tricks und nichts. Und das Instrument ist schon ein bisschen älter, deshalb, wenn es hin und wieder ein bisschen atmet, dann ist es eben den Alter zuzuschreiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, please let us welcome the King of the Organs, Mr. Cameron Carpenter. Applaus Applaus I'd actually like to begin with the music of Scott Joplin in his drag, The Easy Winners. Applaus I'd actually like to begin with David I'd like to persist eine große奏 von Giubner Hall I'd like to begin with the nagging in shaking, I'd be the Pullinger Hall Yay Yay You're also it hit You're y y y Musik 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 Musik